Hallo Leute, wie ihr in letzter Zeit bemerkt habt, dass meine Videos relativ unregelmäßig kommt. Das kann mehrere Gründe haben, aber ich nenne euch nur einen. Siegt daran, weil ich keine Lust mehr auf YouTube habe. Also, ich habe schon ein bisschen Lust, da war nicht mehr so viel wie damals. Und die Videos haben ziemlich viel meiner Zeit gefressen, da nicht nur diese 30 bzw. eineinhalb Stunden Aufnahme Reigenfestnahmen pro Tag, sondern auch noch jeden Tag mindestens ein, zwei Gameplays von League of Legends aufzunehmen, um sie dann am Freitag zu schneiden. Das hat ziemlich viel Zeit gefasst. Und das habe ich zu Teil 10 halt nur ziemlich schwierig geschafft, bzw. nur auf den letzten Drücker. Ich musste am Samstag morgens früh aufstehen, nur um das Video fertig zu machen, was halt, weil ich einfach am Freitag es nicht fertig geschafft habe. Und ich wollte mich halt in letzter Zeit nicht so mehr unter Druck setzen. Und deshalb kam auch nur so wenig und deshalb auch ziemlich aufwendig geschnittenen Videos. Also die waren jetzt aufwendiger geschnitten als sonst immer, außer jetzt der Duolings-Video. Das ging relativ schnell einfach, weil ich nichts hinzufügen musste, sondern einfach nur die einzelnen Dateien noch hochschneiden und hinzufügen, bzw. ja, das war es einfach. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich mich dafür entschieden habe, ein bisschen weniger Videos zu machen, dafür aufwendige Videos. Und ich wünsche euch noch eine schöne Restzeit bis zum nächsten Video, weil dann wird wiederum geflamed und gefickt.